Mieser Job. Hier passiert nie was Aufregendes. Herzlichen Glückwunsch, Homer Simpson. Sie haben soeben in der Angestelltenlotterie gewonnen. Juhu! Und was krieg ich? Für einen Tag den Posten eines Industrie-Schornstein-Fegers. Juhu! Hey, so ein toller Preis ist das nicht? Das soll's. Das ist vielleicht ein dreckiger Job. Aber die hohen Tiere oben an der Spitze arbeiten noch härter.